Die Stadtwerkstatt Berliner Mitte ist dazu da, mit Ihnen in Dialog zu treten und gemeinsam die Berliner Mitte zu gestalten. Mein Name ist Ferdinand Nehm vom Team der Stadtwerkstatt und in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie die Beteiligung in Zeiten der physischen Distanzierung trotzdem gut funktionieren kann. Auf www.molkenmarkt.berlin finden Sie alle notwendigen Informationen, um Ihre Ideen für den Molkenmarkt einbringen zu können. Sie können sich ganz einfach über Ihren Computer, über Ihr Mobiltelefon oder auch Ihr Tablet beteiligen. Wenn Sie lieber Ihre Arbeit in der Hand halten, wenn Sie das lieber auf Papier machen, dann geben Sie uns Bescheid und wir schicken Ihnen gerne alles auch per Post zu. Ich möchte Ihnen nun die Webseite zeigen. Wenn Sie sich durch die Seite bewegen, dann finden Sie hier den Informationsteil. Dort finden Sie alle städtebaulichen Informationen, die Sie zum Molkenmarkt brauchen. Sie können dort auch mit Expertinnen in Austausch treten und Ihre Fragen stellen. Sie können sich dort den Ort in einer virtuellen Tour anschauen und finden alles, was Sie für die Beteiligung brauchen. Unter Beteiligung sind Sie gefragt. Nennen Sie uns hier Ihre Themen und Ihre Ideen, die wir den Planern für das Qualifizierungsverfahren mit auf den Weg geben. Um mitzureden, gehen Sie hier auf Beteiligen. Es öffnet sich die Beteiligungsseite. Sie können hier auf digitalen PIN-Wänden Stecknadeln setzen mit Ihren Ideen. Dafür klicken Sie auf die digitale PIN-Wand. Es öffnet sich eine Eingabemaske und hier können Sie Ihre Idee eintragen. Sie können auch die Idee von anderen Personen kommentieren. Dabei bitten wir Sie, sich respektvoll zu begegnen und die Idee von anderen wertzuschätzen. Das Ende der Beteiligung ist am 24. Juli mit einer großen Abschlusskonferenz, die Sie hier vor Ort auch finden werden. Dort wird sich mit diesen Themen beschäftigt. Die Expertinnen werden sich mit Ihnen dazu austauschen und einige Fragen werden hier dann auch geklärt werden. Am Ende der Seite finden Sie den Hilfebereich. Hier können Sie uns gerne kontaktieren per E-Mail oder per Telefon und wir unterstützen Sie dann gerne dabei, Ihre Ideen für den Molkenmarkt mit einzubringen. Die Seite wird ständig betreut, das heißt, Ihre Fragen finden hier auch Gehör. Zum Abschluss noch etwas Besonderes. Studierende der Technischen Universität Berlin haben eine Podcast-Reihe gestartet und sind auf der Suche nach InterviewpartnerInnen. Sie können dort mitwirken und auch Ihre Inhalte einbringen. Leonie, Paul und Laura freuen sich, wenn Sie sich bei Ihnen melden. Jetzt freuen wir uns auf Ihre Ideen und bis zum 24. Juli. Viel Spaß!